Hi, ich bin Steffen Janetzko und in der neuen Musik in der Kita findet ihr mein Muttertagslied Meine Mama ist die Beste. Und daraus spiele ich euch jetzt mal zwei Strophen. Meine Mama ist die Beste, darum gehe ich hinaus, pflücke hier zu diesem Feste einen großen Blumenstrauß. Ja, der Montetag ist endlich da. Ich freue mich schon wie jedes Jahr, die Mama zu beschenken. La, 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 la. Meine Mama ist die Beste. Ist sie nah oder auch fern? Sag ich ihr an diesem Feste, Mama, ich hab dich so gern. Ja, der Montetag ist endlich da. Ich freue mich schon wie jedes Jahr, die Mama zu beschenken. La, 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 la. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nicht vergessen, gibt es in Musik in der Kita auch eine CD dabei. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Lied singt. Viel Spaß dabei und einen schönen Muttertag.